hey was geht hier ist crunchy und willkommen zu einer neuen folge von resident evil 2 in der letzten folge sind wir hier in der kanalisation stehen geblieben und ich würde sagen wir machen mal weiter geht die voran oder nicht so die hat gar keinen bock ok von hier kommen wir oder so ja von hier kommen wir ja moin erst mal wieder die orientierung finden man kennt so ich muss hier bin ja moin wir haben vier schuss für die schroth und sie mit die kommt ja gar nicht mit hey wieso nicht wenn wir mit ihr reden die wollte nur kurz sprechen wir dann gehen wir mal weiter mit oder ohne sie ich bin mal gespannt ah die kommt auch ok nice was haben wir hier oh mein gott muni wichtig muni verlieren wir sehr schnell jetzt ich bin mal gespannt schon wieder es ist nicht zu spät umzukehren leon keine chance du hast mich bis zum schluss am hals ich meine wir können ja auch nicht zurück oder ich meine das alligator wie treibt sich irgendwo rum ey ok 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 Ach du Scheiße! Pion! Schnell raus da! Balllauf! Aber wie bei Cush Bendico. Verdammte Scheiße! Bei Ciganus. Oh, der KK ligato! Die Schrote rettet uns echt den Arsch. Was haben wir hier in der Hand, ey? Die haben bestimmt Tiere getestet. Komisch. Wir müssen halt irgendwie die Virenproduktion stoppen, ey. Der Alligator, das war bestimmt von den Abfällen, die sie entsorgt haben. Okay, ich dachte, da können wir was lesen. Wir können wieder speichern. Und hier. Wir können weiter, wo ist, äh, ist Ada? Ada, was hast du da gefunden? Hier. Das ist nur ein, ein Eimer. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Und hier oder so haben wir hier nichts, ne? Sie, Doktor. Ach ja? Hey! Stopp! Ada! Sie trinkt das G wie Rosi! Wie überrascht für eine Forscherin. Na nun? Ich bin direkt vor der Einrichtung und verfolge Annette. Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Aber wer redet da? Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. Laufen Sie ruhig, Annette. Sie entkommen mir nicht. Die hat ja noch weniger Muni als Leon. Krass, krass, krass. Können wir mit Leon was machen? Leon ist angeschlagen. Hier haben wir auch gar nichts. Ja, wir müssen hoch, oder? EMV-Visualisierer. Was? Benutzen Sie den EMV-Visualisierer, um Kabel aufzuspüren und elektrische Geräte zu hacken. Zielen mit linker Maustaste beim Zielen rechte Maustaste drücken, um zu hacken. Oh, das ist hier übel krass. Ja, das bringt ja gar nichts. Ich meine, der Ventilator ist jetzt an. Ah, die hat hier richtige geile Waffen. Nichts leichter als das. Okay, wir müssen nach Leitung schauen. Die hat neun Schuss. Ich dachte, da kommen keine Gegner. Das ist schon Kakerlaken. Hm. Das kann ich auch von hier. So kann ich das nicht scannen. Also, da muss ich doch scannen können. Piep, piep. Geht gar nicht. Haben wir etwas übersehen? Nee, wir müssen da was machen. Nee, wir müssen da was machen. Die Leitung können wir auch nicht so verfolgen. Achso, doch. Okay, wir gehen lieber ein bisschen weg. Okay, wir müssen immer gucken, wo die... wo das Strom herkommt. Yo, Bro, was geht? Yo, fünf Schüsse brauchen wir dafür. September, Inspektion eine Woche. Ich bin zwar bereits letzte Woche darum gebeten, aber wir brauchen unbedingt eine Ersatz-ID-Armband, damit wir in bestimmte Bereiche der Haupteinrichtung können. Anders gesagt, wir kommen nicht dorthin, wo wir hin müssen, um unsere Arbeit zu erledigen. Also, bitte nicht, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben. Die D-Armband brauchen die... Okay. Woher bekommen wir das? Boah, der lebt ja immer noch. Okay, jetzt nicht mehr. Okay, hier können wir irgendwie hoch. Boah, aber wir haben hier gar kein Ding, ey. Okay, mit dem Muni müssen wir echt aufpassen. Okay, okay, da müssen wir irgendwie hin. Okay, das ist ja nur für diesen Raum. Dann gehen wir mal weiter. Oh mein Gott, wichtig Muni. Mal den Laser im Auge behalten. Okay, ich höre schon was. Wir müssen da hin. Nein, nein, nein. Das Kack-Ding wartet auch immer an der Ecke. Komm, steh auf. Steh auf. Warte, die halten hier übel viel aus. Jetzt müssen wir die Ding suchen. Okay, hier kommt auch ein Zombie. Nee. Hä? Jetzt ist er einmal im Kreis. Boah, Junge. Die war hinter mir. Boah, das war gefrügt, ey. Ja, wir kommen ja da gar nicht hin. Okay, wir haben bestimmt irgendwas übersehen. Ja, hier. Ja, und wir haben nur vier Schuss. Oder so. Oder so. Okay, wir kommen durch die Tür. Oh mein Gott, wir haben Muni. Muni ganz wichtig. Blendgranate auch wichtig. Ja, der steht glaube ich auf, aber den lassen wir mal liegen. Haben wir eine Karte hier? Ja, wir haben alles gegründet. Okay, nice, wir müssen jetzt da rüber, wo die Tür aufgegangen ist. Feindlich ein geiles Gerät, ey. Dass man so Sachen hacken kann. Der lebt nicht mehr, wichtig. Ja, oder auch nicht. Okay, was habe ich hier? Okay, da sind die Leitungen. Okay, wir sind jetzt dann da, auf der anderen Seite. Boah, hier ist es ja übeldunkle. Was haben wir hier? Einfach gar nicht. Perfekt. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Okay, aber ich habe einen Plan, wie wir den wegmachen. Ja, aber der Plan wird lustig sein. Deswegen haben wir auch hier das Ding da. Ja, können Sie herkommen, danke. Oh nee, Alter. Oh, dicker Gefeck. Hä? Oh mein Gott, ich dachte, es ist gezogen. Wir können jetzt rüber, oder? Der Dicke, ey. Oh nee. Gewichtig. Aber wir sind richtig angeschlagen jetzt. So, was haben wir hier? Ich glaube, wir können speichern. Bitte als Leon gespeichert. Wir brauchen irgendwo Strom. Ich glaube, hier haben wir so eine Puppe. Wir kommen gar nicht rüber. Also, ich glaube, wir müssen da noch hoch. Hier haben wir keine Muni, gar nichts. Boah, wir brauchen auf jeden Fall so ein Erste-Hilfe-Spray. September-Inspektion, zweite Woche. Mit dem frisch eingetroffenen neuen Armband können wir endlich mit unserer Inspektion der Abrissländes beginnen. Was den Bericht vor neulich über den Verbrennungsofen angeht, so ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich ist es nur Sperrmüll. Ich werde nach Abschluss dieses Berichts mal einen Blick drauf werfen. Hier, das ist der Ofen, oder wie? Alter, wenn wir jetzt den dicken Alter in den Ofen reinschmeißen und den dann aktivieren mit unserem Bäckerpistole, dann sind wir gut. Ja, was sollen wir machen? Wir können ja gar nichts machen. Oh mein Gott, wir können halt echtes machen. Wieso können wir das nicht hacken? Oh mein Gott. Oh, das ist ja richtig asozial. Ja, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. Ja, die führen alle zu dem, aber das können wir nicht hacken. Aber das hätten wir davor hacken sollen. Ja, Mann. Ah doch, nö. Oh mein Gott, bin ich blöd. Ich hab das Ding zu spät gesehen. Boah, aber ne miese Stelle. Ne sehr, sehr miese Stelle. Der Septemberbericht haben wir ja. Ja, aber geil gemacht. Geil gemacht. Jetzt denkst du, oh Gott, jetzt musst du. Hättest du davor was machen müssen, aber dann sieht man das kleine Ding in der Ecke, ey. Geh rein da. Okay, rein da. Ja, der eine ist schon kaputt. Oh, weg, weg, weg. Das Miststück weiß, was sie tut. Okay, wir haben jetzt die Karte bekommen. Das heißt, wir können hier rüber, oder? Besucherrechte bestätigt. Ihre ID ist gültig bis 1. Oktober. Bitte bis zu diesem Datum zurückgeben. Könnt ihr vergessen. Oh ja. Lass mal nachladen. Wo geht's denn hier lang? Aufbereitungsraum. Hier. Hier ist einfach nur eine Sackkasse. Ja, moin. Dann gehen wir mal da hin. Schauen mal. Ich hoffe, der Dicke ist nicht in der Nähe. Wir können da irgendwie was, wie, wo, was hacken. Okay, da ist Wasser. Schluss mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Das Spiel ist aus. Zerloren. Sagen Sie mir. Ist Ihr Mann noch am Leben? Oder ist er eliminiert? Und Sie ernten die Lorbeeren für Gene. Interessante Theorie. Wenn Sie nicht prokarieren, will ich eine Probe vom Nest. Nur über meine Leiche. Sagen Sie mir. Wo ist Leon, wenn ich ihn brauche? Oh nein. Jo, wir spielen Leon weiter. Okay, wir müssen Ada finden. Wir wissen ja, wo die ist. Ada? Wo bist du? Hey, krass. Aber ich würde sagen, ich beende mal die Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und in der nächsten Folge suchen wir mal Ada. Aber ich bin mal gespannt, ob wir das... Ob wir die Frau besiegen können oder nicht. Ich meine, der Dicke rennt uns noch hinterher. Das wird lustig in der nächsten Folge. Also haut rein. Ciao. Euer Crunchy. Ich heiße aufACE. Ich weiß nicht.